Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten. Wir haben letztes Video bei HK Hosting einen Server bestellt und zwar einen V-Server, einen virtuellen Server von einer relativ kleinen Größe, einfach den günstigsten, den es gab. Mit nicht viel Leistung, wir brauchen aber auch nicht so viel Leistung, aber ihr könnt euch da alles so weit konfigurieren, wie ihr es braucht und dann steht euch dieser Server sofort zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt direkt mit diesem Video hier weitermachen. Ihr solltet eigentlich innerhalb von zwei Minuten maximal, solltet ihr so eine E-Mail hier bekommen. Hier steht alles drin, was ihr wissen müsst. So, also sowas wie Webinterface, die URL hier ist ganz wichtig und das Passwort hier, was ihr letztes Mal gewählt habt, dieses Passwort und der Benutzername natürlich auch. Und hier sehen wir dann den Server. Hier seht ihr sogar aktuell mein Root-Passwort. Das dürft ihr euch gerne notieren, aber es wird euch nicht viel bringen, weil ich es gleich noch ändern werde. Nicht live natürlich, logischerweise. Genau, und hier unten sehen wir dann auch VNC-Passwort und so weiter und so fort und noch ein paar andere Anweisungen. So, wir wollen uns heute aber über dieses Webinterface hier unterhalten und dazu merkt euch bitte einfach mal euren Benutzernamen und logischerweise euer Passwort, das ihr letztes Mal gewählt habt. So, und geht dann auf diese wunderbare URL. Ich habe das natürlich schon offen für euch. hkhosting.de ist die Seite, über die ihr den Server bestellt habt. Link wie immer in der Beschreibung. Wäre cool, wenn ihr den Link benutzen würdet. Bringt mir auch was. Okay, und dann landet ihr mit vserver.hkhosting.de hier auf diesem wunderschönen Interface. Ihr könnt ja auch noch die Sprache umstellen, wenn es euch lieber ist, auf Deutsch. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal auf Englisch, weil die Begriffe dann relativ eindeutig sind. So, und dann landen wir hier. Hier sehen wir sozusagen den Status von unserem Server. Das heißt, der Status ist online, die IPv4-Adresse haben wir eine gewählt und das ist unsere IPv4-Adresse. Ja, KVM, sage ich noch mal kurz was dazu. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal. Danach lasse ich es, glaube ich, sein. Egal, KVM ist ziemlich, ziemlich cool. Und zwar, wenn ihr was bestellt habt, also zum Beispiel genau 25 GB Festplattenspeicher, von denen aktuell vielleicht maximal, ja, hier, 512 oder sowas belegt ist. Ähm, wenn ihr aber 25 GB bestellt habt, dann bekommt ihr auch wirklich diese 25 GB, auch wenn ihr sie gerade nicht braucht. Das heißt, wenn ihr sie irgendwann mal brauchen solltet, stehen sie euch sofort zur Verfügung und müssen nicht noch irgendwie umadressiert werden oder sonst irgendwas. Ähm, genau. Das ist unsere Adresse, unsere Domain-Adresse, die wir uns letztes Mal schon zugelegt hatten. Und eine IPv4-Adresse haben wir auch. Wir haben letztes Mal Ubuntu 14.04 installiert. Ähm, das Coole ist wirklich, ihr musstet nicht warten. Das heißt, Ubuntu war sofort bereit oder euer Server war sofort bereit, weil alles auto-konfiguriert wird. Und deswegen kostet es auch keine Wartungs- oder Installationsgebühren oder sowas, wie bei vielen anderen Hostern. So, ähm, jetzt habt ihr hier einige coole Varianten. Ihr könnt euren Server rebooten, ihr könnt ihn einfach nur runterfahren, ihr könnt Power-Off machen, Power-Off ist ein bisschen brutal. Nehmt da lieber Shutdown. Äh, ihr könnt booten, ihr könnt reinstall, ist auch ziemlich nice. Das heißt, ihr habt einfach wieder von vorne euer Betriebssystem, falls ihr irgendwas mal hart vermurkst habt oder sowas. Ähm, denn man möchte ja hin und wieder einfach mal was ausprobieren oder sowas. Genau so das, was wir hier gerade in den Tutorials hier machen. Mein Gott, ich kann heute nicht reden. Okay, was vielleicht auch noch sehr interessant ist, euer Log. Euer Log, äh, zeigt euch einfach an, was da eben gerade so gelockt wird. Das heißt, ob irgendwas schiefgelaufen ist oder sonst irgendwas. Ähm, und über VNC werden wir uns noch genauer unterhalten. Hier, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr nochmal euer Passwort angucken. Das will ich jetzt aber hier live natürlich nicht machen. Ähm, genau. Das werden wir nachher brauchen. In der E-Mail steht aber auch genau drin, was ihr alles brauchen werdet. Das werden wir uns dann vielleicht nächstes Video oder sowas angucken. So, und hier unten habt ihr dann noch einige andere Settings. Hier könnt ihr zum Beispiel auch VNC aufstellen. Äh, VNC, was ist das genau? Jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ein, äh, eine grafische Oberfläche. Das heißt, ihr müsst nicht alles über SSH und die Kommandozeile, also das Terminal, also, äh, das hier machen. Sondern ihr könnt ganz einfach, ähm, über eine grafische Oberfläche wie ein normales Betriebssystem damit umgehen. Das ist ziemlich, ziemlich praktisch und echt, äh, sehr zeitersparend. Deswegen würde ich euch das stark empfehlen. So, ähm, ihr könnt hier auch noch sagen, von was ihr gerade booten wollt. Als erstes von der Festplatte als zweites von der CD-ROM oder zuerst von der CD-ROM und dann von der Festplatte. Oder nur von der Festplatte oder nur von der CD. Ähm, macht in dem Fall Sinn, dass wir jetzt hier zuerst von der Festplatte booten, weil wir schon ein Betriebssystem installiert haben. Wenn wir aber hier auf CD-ROM gehen, dann können wir hier auch sagen, hey, ich hätte ganz gerne eine andere CD drin. Das heißt, äh, quasi eine Installations-CD virtuell eingelegt, sodass wir zum Beispiel dann Ubuntu 16 oder Ubuntu 16.10 oder irgendeinen Rescue-CD installieren oder drin haben. Und dann eben genau das Betriebssystem installieren können. Werden wir alles noch machen, keine Sorge. Ich möchte euch nur ganz kurz durch dieses Interface hier durchführen, weil das euch sehr, sehr viel Arbeit erspart. So, ähm, Treiber, ja gut, Treiber sind halt Treiber. Host-Name bleibt immer gleich eigentlich, außer ihr wählt hier einen anderen Host-Name, das brauchen wir aber eigentlich nicht. So, Clock, äh, hier könnt ihr noch einstellen, was ihr für eine Zeit braucht, UTC oder Local-Time. Ähm, wir nehmen jetzt einfach weiterhin Default, das ist schon in Ordnung. So, hier über Root-Admin-Passwort, nachdem ihr diese E-Mail bekommen habt und das erste Mal euch hier eingeloggt habt, solltet ihr sofort dieses Admin-Passwort verändern. Denn, äh, ja, Admin-Passwörter sollten sowieso direkt am Anfang oder generell Passwörter sollten am Anfang einmal ausgetauscht werden. Und dann ist gut. Äh, VNC könnt ihr hier ein neues Passwort setzen. Netzwerk, ja gut, Netzwerk zeigt euch hier nochmal die IP-Adresse an, brauchen wir aber gerade nicht so dringend. Und, ja, ansonsten war's das eigentlich auch schon wieder. Ich wollte euch, wie gesagt, nur kurz durch dieses wunderbare Interface durchführen, da das wirklich euch sehr, sehr viel Zeit und Mühen ersparen kann. Und, ja, nächstes Mal schauen wir uns dann an, wie wir mit dem Server richtig umgehen. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.